Liebe Studierende, wer kennt das nicht? Überfüllte Hörsäle, fehlende Praktikumsplätze, fehlende Tutorienplätze. Seit der Abschaffung der Studiengebühren sind die Mittel zur Verbesserung der Studienqualität nicht mehr erhöht worden im Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen. Aber die Studierendenzahlen, eure Zahlen, sind erheblich gestiegen. Die Piratenfraktion fordert daher für den Landeshaushalt des Jahres 2015 eine Erhöhung der Mittel um 151 Millionen Euro. Wir wollen damit eure Situation spürbar verbessern und das Schöne daran, über diese Mittel könnt ihr in den Gremien an den Fakultäten selbst mitentscheiden. Wir sind gespannt, was Rot-Grün zu unserem Änderungsvorschlag im Haushalt sagen wird.